Hallo Leute, heute spielen wir ein Spiel mit dem Namen Handless Millionär. In dem Spiel geht es darum, dass man so eine Hand hat und man muss diesen Geldschein auf der anderen Seite holen. Und dort ist dieses seltsame Ding da, was auf dem Motor geht. Boah! Yay! Immer wenn ich das Spiel gespielt habe, kam ich nur bis zum 9. Ende, zu 1000. Okay, jetzt bin ich wieder bei 1000. Komm zu Mami, du Gelbseil, komm zu Mami. Okay, jetzt habe ich meinen rechten Arm verloren. Jetzt muss ich den linken Arm benutzen. Und der wackelt irgendwie. Ich glaube, die Person ist recht Schändler. Oh! Okay. Höh! Ah! Höh! Okay, ich bin noch eine Runde. Zumindest war das mein Rekord. Höh! Komm zu Mami. Komm schon, Mami. Komm schon, Mami. Ah! 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 Oh mein Gott. 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 Komm schon, Mami. Oder ich werde dich essen. Oh mein Gott. 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 Ich frage mich, ob es so eine Fernsehserie wirklich gibt. Dass sie dort so ein Ding da hinpacken, was auf die Runterdäcke ist und es wird ein Teil. Ich weiß nicht, wie das heißt. Oh mein Finger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob es das wirklich gibt. Sooomit nenn wir das mal. Wir nennen uns mal die Leberwurst. Die Leberwurst. Guck mal, für wie viel Platz sind wir. Wo ist die Leberwurst? Die Leberwurst ist nicht da. Oh. Wo ist die Leberwurst? Die Leberwurst ist nicht da. Oh. Wo ist die Leberwurst? Die Leberwurst ist nicht da. Okay, wir machen nächstes Mal weiter, bis wir es dann irgendwann mal schaffen. Okay, dann auf Wiedersehen. Na ja, falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und schreibt irgendeinen Kommentar. Ihr könnt auch Hallo schreiben. Und despen. Ich trage dich auf einen Daumen hoch. Inzukäe hre.